Rahel ist jung, sie ist hübsch und sie hat den Kopf voller Ideen. Aber genau das ist ihr Problem. Denn ihre Eltern haben eine ganz andere Karriere für sie im Sinn, nämlich die normale Karriere einer jungen Frau vor 100 Jahren. Sie soll heiraten, soll Kinder kriegen und ihrem Mann eine gute Ehefrau sein. Sie aber hat große Träume. Sie träumt davon, als Journalistin für eine Welt zu kämpfen, die eine bessere Welt ist als die, die sie vorgefunden hat. Doch dann kommt alles ganz anders. Durch die Begegnung mit Tino nimmt ihre Lebensgeschichte eine unerhörte Wende und sie wird auf einmal zur Schauspielerin und findet in diesem Beruf ihre eigentliche Bestimmung.